Also, zur Citadel sollen die Rats geheißen, wenn ich mich nicht irre, und zwar, nee, nicht hier hin, sondern zur Asari Ratsherrin. Ja, war das die blaue Frau, die total blaue Frau, die mir immer so unsympathisch war? Ich glaube schon. Na, mal gucken, was sie zu sagen hat. Fliegen wir erst einmal hier durchs Massenportal. Und dann war die Citadel immer irgendwie in dieser Richtung. Ja, genau. Da fällt mir auf, da ist ganz schön viel... Reaper-Kacke am Dampfen überall. Wär mir beinahe entgangen! So. Und nun... Andocken! Die hat jemand den Computer geklaut. Du tippst irgendwo in der Luft rum. Nur so als Tipp mal. Sollen wir ein privates Transportmittel bereitstellen? Wie ist das jetzt gemeint? Dass ich direkt da hin kann? Ja, dann würde ich gerne zu den Botschaften gefahren werden. Ich muss zu den Botschaften. Die Navigation wird aufgrund der Anzahl von Flüchtlingsschiffen im Dockbereich zunehmend schwieriger. Ja. Heißt was? Keine Ahnung. Mir egal. Ist das die hier? Entschuldigen Sie, ich bin Commander Shepard. Wenn Sie versprechen, vorsichtig zu sein, habe ich etwas für Sie. Ja, ich kann damit versuchen, Ihre strategischen Schritte vorherzusagen. Hä? Äh, hallo? Warum schiebst du mich jetzt weg? Hallo? Geht's noch? Du blöder Affe, du! Äh, lässt du mich jetzt bitte da wieder raus? Kann ich den hauen? Kann ich den erschießen? Kann ich den hier rausschubsen? Na, dein Gesicht merke ich mir, ey. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wie, das ist der Botschafter? Das ist nicht wahr, oder? Du fette Pflunze! Drängend. Mensch, ich muss im Namen meines Volkes mit Ihnen sprechen. Worum geht's? Unterdrückte Trauer. Dekuna. Meine Heimatwelt. Die Reaper sind da. Unterdrückte Trauer. Unsere Krieger werden belagert. Aber Ihre Truppen können Sie retten. Wie ist der denn drauf? Drängend. Bitte. Alle anderen Spezies haben uns abgewiesen. Es gibt doch da diese Sendung irgendwie auf RTL oder RTL 2, Endlich Schön oder so. Da könnten wir den mal hinschicken, ne? Der hat wirklich Probleme. Ähm. Ja. Ich komme mit der Normandy, sobald wir Zeit haben. Erleichtert. Danke, Commander. Hoffnungsvoll. Vielleicht können wir einige Zivilisten evakuieren, wenn ihre Truppen eintreffen. Ungeduldig. Ich warte hier auf Neuigkeiten. Bitte beeilen Sie sich, wenn die Kuna brennt. Der wird ja mal mit Sicherheit kein großer Redner, glaube ich. Außerdem sieht er aus wie eine faulige Kartoffel auf Beinen. So, wo muss ich denn jetzt hin, verflucht nochmal? Kann mir das mal jemand sagen? Ich soll doch, äh... Zu Büro 2. Das ist da vorne. Genau, zur Azari-Ratsherrin, die sich da in dem, von dem Erdheini rumdrückt in dem Büro. So, so, das ist also da vorne rechts. Gut zu wissen. Dann war Hurtig vorne weg. Mann, der hat auch O-Beine. Hat auch früher Fußball gespielt, wahrscheinlich in seiner Jugend. War das hier, ne? Ja. Palimpalem. Stellen Sie alle übrigen Akten sicher und versehen Sie sie mit einer Tentron-Freigabe. Kommander Shepard. Haben Sie was gefunden? Wir setzen unsere Untersuchung von Ratsherr Udinas Aktivitäten fort. Es ist nach wie vor unklar, wie er den Putschversuch vorbereiten konnte. Wie auch immer, ich muss mit Ihnen über eine andere Sache sprechen. Mei, bist du heute wieder blau? Die Lage der Azari-Republiken hat sich zum Schlechteren entwickelt. Soweit wir wissen, fehlt Ihrem Tegel immer noch eine wichtige Komponente, die Sie den Katalysator nennen, nicht wahr? Wissen Sie, wo er ist? Ich habe ihn da drüben. Leider nicht, aber wir haben ein Artefakt auf unserer Heimat Veltesia, von dem nur höchste Kreise wissen. Und weiter? Sagen wir, es kann Ihnen dabei helfen, den Katalysator zu identifizieren. Das Artefakt befindet sich in einem Tempel bei diesen Koordinaten. Ein Wissenschaftsteam wird Sie dort unterstützen. Ja, lass mich raten, wir müssen da hin. Genau, das war nicht die blöde Kuh. Dann fragen wir mal ganz doof nach hier, warum sie jetzt plötzlich helfen will. Weshalb die plötzliche Zusammenarbeit? Die Ereignisse zwingen uns zu diesem Schritt. Achso. Die Heimatwelt ist noch nie bedroht worden. Tessia war immer eine Oase mitten in einer Galaxie voller Chaos. Die Reaper stehen kurz davor, das zu ändern. Ich tue, was ich kann. Es hängen mehr Leben von Ihnen ab, als eine Seele sollte schultern müssen. Meine Gebete begleiten Sie. Hör auf mich an zu fummeln, Alte. Jetzt plötzlich rumschleimen. So. Priorität Tessia. Das heißt jetzt konkret was? Ach, das war das von der dicken Kartoffel. Äh, ja. Ein Tempel von Tessia. Das heißt zurück zum Schiff. Ne, da sind wir falsch. Diese Richtung bitte. Schaut euch die an. Die haben wirklich alle mega O-Beine. Die Männer haben alle O-Beine. Waren früher wahrscheinlich alle Fußballer. Und die Frauen haben alle total gebärfreudige Becken. Die haben ein komisches Menschenbild, die Entwickler. Komisch, komisch, komisch. Spektor-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel auf. Ja, ich möchte bitte zu meinem Schiff. Einen Moment bitte. So, Tempia. Tempia, Quatsch. Tempel. Tempel auf Tessia. Nicht Tempia auf Tessel. Also, zu dem Tempel muss ich. Dann muss ich jetzt erst einmal zur Galaxie-Karte meines Schiffs. Ist auch ein Haustier für Frauen, ne? Die kotzen dann. Wird irgendwie doch aus wie eine Spinne. Nein, ich möchte nicht zurück zu Normandie. Ich habe einfach so aus Spaß gedrückt. So. Dann gucken wir mal. Verlassen. Da, Athene-Nebel. Geheimes Artefakt finden. Da muss ich hin. Oder? Glaub schon. Komm, flieg da hin. Treibstoffdepot. Muss ich da hin? Nö. Komisch. Ich habe immer noch nicht den Sinn erschlossen. Ah, da ist Tessia. Los, landen. Ja, natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Okay, das heißt, ich muss sie mitnehmen. Wahrscheinlich. Ja, so sieht es aus. Hätte ich aber sowieso gemacht. Das bewährte Duo. Warum hat jetzt der wieder diese Waffen nicht, die ich eigentlich mitgenommen habe die ganze Zeit? Verstellt sich das automatisch? Oder was soll das? Ich will meine Standard-Schrotflinte. Stufe 5. Genau. Und mein Präzisionsgewehr. Modifiziert ist es. Auch das hier. Gut. So, dann haben wir hier... Was haben wir denn hier? Auch alles klaro. Okay, die ist aufgestiegen. Aber das macht das ja automatisch, denke ich mal. Ähm, los geht's. Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athain. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Klingt, als wären wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Ah, kriegen wir schon. Bekommen Sie nicht daran, Doc. Sie müssen die Toten verdrängen. Ne, jetzt bitte kein Gespräch über die Mutter. Das dauert wieder ilk. Wir können die Opfer nicht ignorieren. Die Reaper mögen ja kein Mitleid kennen, aber wir schon. Deshalb kann man sie auch kaum aufhalten. Zeigen wir ihnen, dass es einen anderen Weg gibt. Ihr hättet aber auch mal aufräumen können, wenn wir hier zu Besuch kommen. Das schaut ja aus. Wie bei Hempels unterm Sofa. Leute, Leute, Leute. Das kann nicht wirklich passieren. Meine Heimat. Damit können wir uns jetzt nicht beschäftigen. Wir sind hier oben völlig ungedeckt. Dann runter. Da liegen interessante Sachen rum, ne? Wer kreischt denn da so hysterisch rum? Ich muss erst mal die Sachen hier aufsammeln. Könnte ja nützlich sein, gell? Okay, hallo? Hallo? Kommando, wir haben den Pferd. Die Barriere wurde durchbrochen. Kommando, wir reden später. Gehen Sie an das Geschütz und lassen Sie es krachen. Lassen Sie es krachen. Ja, das Geschütz. Jawohl. Ich hab's doch schon. Jetzt mach mal keine so eine Hektik. Nachladen. Los. Schneller. Jawohl. Immer drauf auf die Mutter. Aber schön, wie sie platzen. Dabei könnt ihr nicht auch selber ein bisschen was machen? Muss ich alles alleine machen, oder wie? Das ist ja wohl nicht fair. Ja. Macht doch die Kleinen da vorne wenigstens selber weg. Ich kümmere mich ja um die Dicken. Ich kann ja nicht beides machen hier. Spinnt wohl. Was ist das für eine Kack-Arbeitsteilung, ey? Noch nie was von Teamwork gehört, oder wie? Oh Mann, das macht mich schon wieder so aggro. Na gut. Hat ja geklappt. Oh, die Synchro ist auch nicht so der Brüller von ihr, oder? Und das hier, was ist das hier? Fliegelter Teppich. Ja. Tag. Ja, dann hast du ja was zu tun, gute Frau. Barriere abstützen! Aber unser Quadrant kann nicht standhalten, und ich bringe meine Leute hier raus. Das hier ist wichtig. Wir brauchen ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Hauf Schutt opfern wir nicht unser Leben. Ja. Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Das ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Ja, typisch. Ja, hör mal, was deine Schwester sagt. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr.